So, willkommen bei CMF KK Television mit einem hervorragend aussehenden King Kalle. Heute mal wieder mit Ton zur Abwechslung. Obwohl, war ja alles zu verstehen auf die Videos. Ich weiß gar nicht, was jemand rumjammert. Kein Ton, kein Ton. Bist auf den Ton, Mann. Ihr solltet euch doch meinen Gelaber anhören und nicht hier auf irgendwelche Soundeffekts Wert legen. Echo, 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 echo. So, okay. Ihr wollt wissen, ja, wie soll ich es ausdrücken? Zu meinem ersten Treffen mit Johannes Lukas, zu unserem ersten Aufeinandertreffen, soll ich irgendwas sagen jetzt? Was sage ich da? Das ging, also erstmal, wer das verpasst hat, bei William auf den Channels ist das zu sehen. Bei William Niviara. Und der ist da wirklich ins Bild geplatzt. Das war jetzt nicht gestellt. Der kam da irgendwie aus dem Bunker. Wir haben da oben was gedreht, haben gelabert und auf einmal. Hat aber zum Thema gepasst, weil William wollte mir tatsächlich was beichten, dass er mit Logbuch arbeitet. Und Johannes ist ja dieser große Logbuch-Fan. Und der geht mir brutalst auf den Sack damit, der Typ, weil er wirklich gar keinen Plan hat von sowas. Also wie gesagt, das ist für mich so ein Gesabbel, so ein Gewäsch. Johannes zum Typ. Er ist ein sehr netter Typ, der zuvorkommt. Aber er labert mir einfach zu viel Zeug, was das angeht. Das geht mir brutal auf die Ketten, der Scheiß. Logbuch, Logbuch, Logbuch. Er will immer, dass seine Athleten alles aufschreiben, akribisch. Damit er weiß, was die Jungs vor einem Jahr gedrückt haben, mit wie viel Wiederholung. Das ist für ihn wichtig. Das muss ein Coach wissen. Wenn ich so eine Rotze höre, ja wie gesagt, dazu würdest du wahrscheinlich ein Video geben. Aber wenn ich so eine Rotze höre, da geht es mir natürlich den Kamm hoch. Weil es ist doch komplett egal, was der letztes Jahr für Wiederholung gedrückt hat, wenn der Typ gewachsen ist. Und selbst wenn er sich krafttechnisch verbessert hat und er ist nicht gewachsen, dann ist auch irgendwas schief gelaufen. Also wie gesagt, totale Rotze. Was wichtig ist, die Ernährung dokumentieren und die Supplements dokumentieren. Also sprich die Royals. Das macht Sinn und da ist er, ja da lächelt er halt drüber. Aber gut, jetzt erklär mal dem D***, dass er D*** ist. Das ist natürlich, wie soll ich das machen? Johannes ist da ja nur doch ein Stück weit weg von der Praxis, Realität oder wie auch immer. Der kann kleinen Jungs erklären, wie sie stark werden, die sowieso stark werden, wenn sie trainieren. Das ist nun mal so, der Biologie geschuldet, ein junger Körper, der entwickelt sich nun mal, wenn er Belastung bekommt. Und alles andere, was dann in die Richtung Bodybuilding geht und Progression und so, da bringt er ein paar Sachen durcheinander offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es ihm im Alter geschuldet ist, obwohl er ist ja viel jünger als ich. Oder ob ich denke mal wirklich, da ist fehlende Praxis, da fehlt die Praxis beim Johannes. So, liebe Freunde, an der Stelle auch nochmal ganz kurze Werbung für meinen Kooperationspartner Prepman Meal, der mir die leckeren Gerichte zur Verfügung stellt für eine fitnessreiche Ernährung mit guten Nährwerten und geschmackvollen Menüs. Könnt ihr euch bestellen, mit Code HEIKO spart ihr immer Geld und bekommt den besten Preis. Also checkt das ab, wenn das was für euch ist, kann ich nur empfehlen. Viel Spaß mit den Produkten. Weiter geht's mit dem Video. So, so lieb und nett wie er ist, aber da gehen unsere Meinungen stark auseinander. Und das musste ich ihm natürlich dann auch, oder muss ich ihm dann natürlich auch mal so ein bisschen kundtun, dass da nicht alle Leute den B****, den er da medial verbreitet, fressen und glauben, wenn das seine Jungs da machen, dann ist das in Ordnung, weil das sind seine Jungs da. Den kann er erzählen, was er will, aber der soll dann nicht der großen Mehrheit erzählen, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um ein erfolgreicher Athlet zu werden. Weil bis jetzt habe ich noch keine wirklich erfolgreichen Athleten von Johannes gesehen, die bei Johannes sind, sprich im Bodybuilding irgendwas reißen, sondern der Betreuter seine kleinen Kinder, deswegen auch der Kindergärtner von mir, liebevoll genannt. Und ja, irgendwelche Folgesendungen, Videos sollen jetzt tatsächlich kommen. Mein Management quält mich dahingehend aufs Schärfste. Wäre ich natürlich in den sauren Apfel beißen, weil es hat ja auch am Ende ein Stück weit mit Unterhaltung zu tun, wenn zwei so eine Freaks aufeinandertreffen. Johannes wird natürlich seine Meinung dort versuchen zu behaupten, was auch sein gutes Recht ist, weil es ist ja seine Meinung und er weiß es halt nicht besser, nach meinen Ansichten. Und ich habe aus der Praxis und Erfahrung mit den richtig dicken, schweren Jungs sowas noch nicht gehört, gesehen oder keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, ob Johannes jetzt der Typ ist, der das Rad im Bodybuilding neu erfindet. Ich glaube eher weniger, dass er, aber er will halt auch was zu sagen haben da und das ist richtig. Da macht er auch einen guten Job, erzählt den jüngeren Leuten ganz viele wilde Sachen und bringt sich da auch mit Herzblut so ein und sehr väterlich und manchmal auch drüber. Ja, es ist wie es ist, der Johannes ist wie es ist. Also wir werden auf keinen grünen Nenner kommen oder auf keinen grünen Zweig kommen miteinander mit unserer Meinung, weil wie gesagt, ich bin da viel zu Praxis erfahren und Praxis orientiert und habe natürlich auch den entsprechenden Rücken in Form meiner Trainings- und Wettkampfkollegen, Kumpels, wie auch immer, die den ganzen *** gemacht haben. Das war eigentlich so das Ausschlaggebende gewesen, was so unseren Streitpunkt normalerweise hat, weil ansonsten interessiert mich nicht, was Johannes macht. Er kann machen, was er will. Ich muss mir jetzt leider ab und zu mal ein Video angucken von ihm, um dazu was sagen zu können. Und das sehe ich halt nur, dass er mit kleinen Jungs rumtont und wilde Sachen macht. Und ich finde, hatte ich schon mal gesagt, ich finde es gut, dass die Jungs weg sind von der Straße, dass sie was Sinnvolles machen, dass sie versuchen, in irgendwas gut zu werden. Aber der Weg, den er da teilweise geht, dann soll er das so machen. Mein Segen hat er. Ihr habt meine Meinung zu dem ganzen Quatsch gehört. Damit beschließe ich das Video auch schon und wünsche euch eine gute Woche.